Die winterliche Ausgelassenheit geht in Mödling munter weiter. Die Schöffelstadt lädt weiter zu Langosch, Chili und heißen Suppen. Neu dabei ist der Stehtischofen. Ein Stehtisch, der zugleich Ofen für warme Füße ist. Neben Punsch und Co. gibt es auch Stehachterlen in weiß und rot bis zum 30. Jänner. Immer Donnerstag bis Sonntag, 16 bis 22 Uhr. Natürlich mit 2G-Nachweis.